So, dann machen wir hier mal ganz sauber spritzisch weiter. In der verfluchten Welt hier. Da ist schon mal zu, also bleibt uns nur den Weg. Schon, hätte ich mir ja das sparen können, als ich das schneide Kapitel 9 überlebt. Dann speisen wir hier mal ab. Und sehen uns dann im nächsten Kapitel wieder, und zwar Kapitel 10, die Werkzeuge des Meisters. Also, haut da rein, bis dann.